Cheyenne Ochsenknecht und Laura Marie Geisler sind keine Freundinnen. Die Rennfahrerin ist die neue Frau an der Seite von Jimmy Blue Ochsenknecht. Seiner jüngeren Schwester steht der 24-Jährige aber offenbar nicht nahe. In der Reality-Show Diese Ochsenknechts spricht Cheyenne über ihr Verhältnis zu Laura. Ich habe jetzt überhaupt keine Bindung zu ihr und sie ist auch nicht meine beste Freundin oder meine Freundin. Sie ist einfach eine Frau für mich. Weil sie Laura immer nur im Doppelpack mit Jimmy begegnet, hat das Model wenig Gelegenheit, die Starnbergerin besser kennenzulernen. Ein Problem hat die Mutter einer Tochter aber wohl nicht mit ihrer zukünftigen Schwägerin und beschreibt sie als nett. Ob Cheyenne und Laura in Zukunft doch noch eine Bindung aufbauen, bleibt abzuwarten.